Hallo, mein Name ist Sergej Benedetta und heute werde ich Ihnen zeigen, wie man in zwei Minuten ein perfektes Tagesmake-up schminkt. Jede Make-up beginnt mit einer perfekten Pflege, die wird ganz tün im ganzen Gesicht aufgetragen. Als nächster Schritt mache ich eine Grundierung. Dazu nehme ich ein Tagesmake-up, der die Haut mattiert. Wichtig ist, dass man die Grundierung hauchtün auf den Hals und Gesicht haut, damit es ebenmäßiger aussieht. Als nächster Schritt tragen wir die Lidschatten. Sehr wichtig ist, die passende Farbe für ein Tagesmake-up zu wählen und hier würde ich vorschlagen, Pastell oder hellbraune Töne oder hellgraue Töne zu verwenden. Ebenfalls tragen wir den Lidschatten auf den unteren Augenlid auf. Um den Augen mehr Ausdruck zu verleihen, verwenden wir Volume Mascara. So, ebenfalls tragen wir die Mascara am Unterlid auf. Der nächste Schritt ist Rouge. Rouge wird aufgetragen von der Nase Richtung Schleffen. Wichtig ist hier, nicht zu viel Rouge zu verwenden, damit es natürlich und frisch aussieht. Der letzte Schritt für Ihren perfekten zweiminutigen Tagesmake-up ist ein Lip Plus. Und fertig ist Ihr perfekten zweiminutigen Tagesmake-up. sagte, ist auch ein Lip Plus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Schleffen! Wir sehen uns beim nächsten Mal.